moin freunde aus hamburg heute ist der letzte tag an dem wir den ganzen tag noch was machen können am abend ist auch reeperbahnführung und jetzt sind wir gerade in blankenese das soll noch sehr sehr empfehlenswert sein zum sehen weil hier so enge gassen sind gleich an der elbe und ich zeige euch schöne einblicke wieder von hier und am abend geht es noch zur reeperbahn also viel spaß mit dem vlog sun is shining on me all praise the most high so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe es hat euch gefallen, auch wenn ich nicht so viel von der Reeperbahn zeigen konnte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder angekommen in Wien beende ich jetzt diesen Vlog Der letzte Vlog aus Hamburg, die Reise nach Hause war wieder super Nur eine Stunde mit dem Flugzeug, keine Turbulenzen, alles gut Und jetzt beende ich auch den Vlog Abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen Und Freude schauen auf die Vlogs in Portugal, die kommen als nächstes Und dann sage ich jetzt mal wieder Ciao Und dann sage ich jetzt mal wieder auf die Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann sage ich jetzt mal wieder auf die Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann sage ich jetzt mal wieder auf die